Schwöre, Patrick Gildes, Bruder, wo sind wir ja? Sieht aus wie Gelsenkirchen, Bruder. Da ist sogar der nüchternste Schalke-Fan. Also es war allnötig keine rote Karte, ja? Aber warum sind hier diese riesigen Energy-Dosen, Singelbob, Bruder, so auf groß angelehnt? Gute Frage, Patrick. Beide am Puff! Schon bald pumpe ich Energy mit viel Zucker in das Meerjahr-Donnerwetter nochmal. Und die riesen Dosen entsorge ich nicht einmal sorgfältig. Singelbob, Bruder, was machen wir jetzt? Patrick, Bruder, es gibt nur eine Rettung. Hauli. Hauli? Beide macht von Hauli die perfekte Alternative für Soft-Energy-Drinks. Mit null Zucker und einer krassen Auswahl an Geschwack-Sorten, Bruder. Aktiviere Shaker. Und mit dem ehrenlosen Code CUTUN5 bekommen Neukunden sogar 5 Euro Rabatt auf Gönnungsbasis. Das, das kann nicht sein. Nutzt den Link in meiner Bio auf Link angelehnt und überzeugt euch selber. Das ist illegal, ich ruf die Polizei. Und ich beschwöre diesen krassen Hai auf Erdbeere-Mandarine angelehnt. Los zum Gönnungsbruder, du hast mich gerufen, Mann. Es ist Zeit für Rache.